Ich möchte noch einmal aufmerksam machen auf diese Worte in Vers 20, dass du lehren lässt. Der Herr Jesus, als er auf der Erde war, sagte, dass meine Lehre nicht von mir ist, sondern von Gott. Diese Worte, du lässt lehren, entfaltet sich im darauffolgenden Vers, und wir werden sehen, dass auf der Grundlage diese Lehre sich bekenne, bilden sich Kinder. Wir sehen also, dass wenn das Wort Gottes die Worte benutzt, die Lehre Gottes, so haben wir es im Neuen Testament immer in der Einzahl, und lehren, also lehren der Menschen in der Mehrzahl. Und von der Lehre Gottes bilden sich oder werden Kinder Gottes geboren. Und von der Lehre, die also sie lehrt, also das System lehrt, werden Kinder des Bösen geboren. So wie schon erwähnt wurde, sind die Kinder des Bösen in einer anderen Gruppe zu sehen. Für sie ist also nur Gericht vorgesehen. Und ich denke gerade an den Gedanken, der schon im Herzen von David gewesen ist, wo er von den Türwechern des Tempels gesprochen hat. Und wo es also wichtig ist, dass auch in dieser Zeit Brüder existieren, die auch diese Gabe haben, des Empfindens, die auch in dieser Gabe haben, des Empfindens, die so in der Delikaten, so wie man so sagen, in der Empfehl, in der Aptekarskere Art, die sie auch empfinden und entsprechend auf sie reagieren, auf so sanfte Lehren, die der Teufel, einführen möchte. Und wenn wir also im Allgemeinen jetzt auf das sehen, in Bezug auf die Gedanken, die der Bruder Frohwein ausgesprochen hat, dann führen sie alle zum Einen, um irgendetwas zwischen die Gläubigen und Christus, einzuführen. Wir sind mit Christus verbunden. Wir sind eins mit ihm, und der Christus ist im Himmel. Wir sehen also, dass die Worte, die im Neuen Testament benutzt werden, ihr seid nicht von der Welt, hat seinen besonderen Wert darin, dass diese Einheit auch gepflegt wird, also praktisch auch gepflegt, verwirklicht wird. Also, mit anderen Worten, also alle Lehren, die dem Worte Gottes der Wahrheit hinzugefügt worden sind, dass sie in der Versammlung Gottes keinen Platz haben können. Pieśń numer 86 506 56 58 56 52 56